Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir dir, wie du deinen schwachen Fuß innerhalb von zwei Wochen extrem verbessern kannst. Legen wir los mit der ersten Übung. Leute, das Wichtigste beim Training des schwachen Fußes ist auf jeden Fall viele Wiederholungen. Ich sage es immer wieder, die B6 müssen sitzen und dafür müsst ihr wirklich eine Wand suchen und ein nach dem anderen passen mit dem schwachen Fuß. Das ist das Wichtigste. Ganz wichtig, trainiert die erste Ballannahme mit dem Innenriss, dem Außenriss, so viele Male wie ihr könnt. Das ist wirklich das Wichtigste. Nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, dreimal die Woche, macht diese Übung, die wir hier zeigen. Dann kann ich euch garantieren, wird der schwache Fuß deutlich besser sein in Rekordzeit. Musik Das waren jetzt einige Beispiele von Übungen, die du machen kannst. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, das Wichtigste ist einfach, nimm dir die Zeit, nimm dir dreimal eine halbe Stunde pro Woche, zieh diese Übungen durch, einfach konzentriert und du wirst merken, dein linker Fuß bzw. schwacher Fuß wird deutlich besser in kürzester Zeit. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.